Musik 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 Die ganze Lüge. Okay, das ist eng. Oh ja. Die sind ja nicht öffnen. Die Gang ist jetzt frei. Ciao. Eine Maschine. Ja. Ja. Musik 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 Mein Name, der ist der Idee. Die nächste Stunde, Stunde eineinhalb, die wir jetzt eben wohl oder übel mit mir verbringen müssen. Also so schnell wäre es mich heute nicht mehr los. Starten werden wir jetzt mit einer kleinen Kellerführung. Die werden wir aber nicht zu lange halten. Damit wir eben später für den wichtigen Teil eben ein bisschen mehr Zeit haben. Für die Weinverkostung eben. Und ich hoffe, ihr habt es alle ein bisschen los mitgebracht. Musik 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 mit den fünf Beinen, die wir jetzt in der Reihe noch schön gefühlt haben. So ein Spucknach, sollte ein Bein nicht schmecken oder wir zu viel eingeschenkt haben, können Sie da natürlich da reinschütten. Aber es ist so, der Kellermeister findet eben darum, das nicht zu machen. Weil erstens mal, es steckt hier ja auch sehr viel Arbeit dahinter.